Die Sonja Alles klar? Ja! Die Bikerfrauen Ja Die Sonja Die Sonja Guck mal hier des Geburtstags, der hat hier einen Geburtstag wo ihr angelaufen kommt Nee, nein Ja Aber Montag Dein Wohn Dein Wohn Montag Du musst ja wieder ein paar Aufnahmen machen, sonst hab ich ja nur drauf Sonja mein Sonnenschein Ja Der Pizzabäcker dahinter, der gibt richtig Gas Ich mach wieder einen Spielfilm, ne? Alois Du hast die Katastrophe überstanden, du bist da Ich hab nicht richtig Uniform wo, ne? Ja, das ist egal Das macht nix, ne? Du warst im Dreck heute? Ja, ich bin eigentlich noch gar nicht filmreif, ne? War nicht filmreif, okay Mach nicht so Dreck, ne? Nein Ich gebe Mühe Du bist der Fotogegen, guck mal hier, guck durch den Föhn und Mann an Ich bin absolut nicht Fotogegen Der ist, glaub ich, noch zu haben, ich bin mir aber nicht so ganz sicher Ich mach jetzt weiter, ja, ja, ja Annika, guten Tag Annika will nicht gefilmt werden Ich bin auch nicht filmbereit, nein Du bist auch nicht bereit Ich hab's nicht, da ist sie Wir gucken hier mal so durch Es ist noch früh am Abend Die Chemismusikanten sind da Hier der MZ-Bernd Ich brauch das dann cool da und wie man anfängt Das sind die anderen Rocker, die auf dem Anhänger sitzen Die wollen eigentlich in die weite Welt Und hier, ach, Moment Prinzessin Prinzessin Egal wie, zu allen Schandtaten bereit Okay, bis dann Bis dann Bist du frisch geduscht? Du wie du Katten, häng auf Hier, was machst du denn schon wieder für Sprich hier, ne? Ab mit der Kamera, schenk dir mal, ich muss wieder im Fernsehen Was? Um 5 Uhr fotografiere ich dich dann mehr Ich war mir sehr schön mal im Fernsehen Ja, aber nicht um 5 Guck, das schönste Motorrad der Welt hier Das war ja nur ein Spruch Von den Conny aus Frankfurt Guten Tag Mit meinen zwei Freundinnen Wie, du hast noch so zwei liebe Mädchen mitgebracht Genau Vom Fasten Wir fasten Wie ihr fastet? Ja, wir wollen mal was anderes sehen Warum wollt ihr fasten? Bei uns gibt es Pizza und Bier Da gibt es schon fast, ne? Nee, wir wollen Musik hören und Wasser trinken Fertig Toni, die Leute sind von der anderen Pizzas begeistert Du solltest gleich da bleiben, haben sie gesagt Ja, ja Ja Hast du auch schon Pizza probiert wollen? Ja, super Ja und? Napolin, Edelstein War gut? Sehr gut Gut Der Pizzadecker ist im Schless Der Ope ist heiß Die Reis kommen langsam alle rein Ich bin der Wett bei Sonnenstern Ich bin der Wett bei Sonnenstern und kein Zimmermann besucht Hier, da hast du dir einen angelacht, ne? Hast du Dette mal gekämpft? Ja Ich sehe doch gut aus Ein schöner Kopf braucht Platz. Was ist denn hier überhaupt los? Ihr steht den ganzen Abend am selben Tisch. Und saufen wie die Löcher. Und was trinken wir? Hochstift trinken wir. Moment mal, das nehme ich mal gleich auf. Was? Die Pizza ist ja auch ganz klasse. Eine hervorragende Pizzabäcker. Also den Pizzabäcker können wir hier in Karlsruhe aufheben? Ja. Hast du auch schon mal probiert Pizza? Wunderbar. Bist du auch begeistert? Ja. Gut, das ist die Hauptsache. Und den da hier? Der Junge getritten Gas. Wahnsinn. Ja. 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 Der Trummel der Liebe, Freunde. So schön, der Trummel ist, ist aber das Lied. Ein Beinersang. Dankeschön. Und wenn wir dann auch jetzt im... Oh, das ist genug, take what you need, you'll think you'll last. Whatever you wish to keep, you'll better grab your glass. We love the stands in the walls, then we'll look at the sky. We're running back there, fire inside. We're running back there, fire inside. We have to have to get into the room from this case We're drawing crazy mad at the sand on your ship Well, they got to do, it's waterabilly, got to do you wrong I need to learn about down We make room, you know Untertitelung. BR 2018 Wann ich mir wahr? Wann ich mir wahr? Wann ich mir wahr? Kürbbelinger! Danke schön, vielen Dank. Und zum Anschluss in der Runde war auch noch was für Schmerz. Und hier werden liebevoll die Pfefferies da, schneidest du da. Wo kommen die alle auf den Kutzen? Lieber Papa, willst du mal einen Kaffee zwischendurch? Scheiß nicht, Papa. Ja, würde ich nehmen. Okay. Wann ich mir? Wann ich mir so? Schmerz? 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.